Ich wusste, dass es eine mega starke Spitze ist und deshalb bin ich umso mehr froh, dass ich eine Bronze-Medaille gewonnen habe und auch als beste Frau abgeschlossen habe. Grosch der Adrenalin, courir, aller auf der Szene, das war sehr, sehr, sehr stark. Ich fühle mich wirklich super gut, ich hatte keine Sensation mehr, das ist wirklich unglaublich. Die Medaille bedeutet mir sehr viel, es ist eine Bestätigung für dieses ganz lange, ansteigende Training, das sich wirklich ausgezahlt hat. Ich habe mega Freude. Ich habe mega Freude. Es ist etwas ziemlich großartiges, es ist die ganze Zeit, die ganze Training zu machen. Und es ist wahr, dass ich eine Medaille, also eine Medaille, in der Lande, das ist unglaublich. Einfach so machen, wie ich es gemacht habe und dann kommt es auch gut. Ich habe mich auch im Fabian eine Lage hier. Ich habe mega combineломAlex.